Der Wutz bei Let's Play Rise of the Tomb Raider. In der letzten Folge sind wir hier, nachdem wir das Grab abgeschlossen haben, in die Akropolis gekommen. Und ich schätze mal, wir sind hier... Sieht sauber aus hier. Team 4 sucht in den Tunneln nach einer Spur des Atlas. Ausschwärmen und bereich durchkämmen. Alles töten, was dich noch bewegt. Und nimm die Messer, wenn's geht. Wir müssen jetzt Jungs machen. Ruhe, Ruhe jetzt! Okay, der haben wir gut ausgelöscht, alle miteinander. Was ist da jetzt dann? Jetzt auf jeden Fall einmal ruhig sein. Wirklich, wirklich Ruhe bewahren. Den haben wir ganz gut gekriegt. Hier ist keiner mehr. Das ist sehr gut. Oh, ich sehe da ein größeres Brandböhmchen. Hm. Jawohl! Das ist nur mehr schoffen, dass ich dies... Das war leichter, als ich dachte. Hätte auch anders ausgehen können, wenn sie mit uns gerechnet... Moment, kurz... Ha! 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 Äh, nö. Es ist vorbei, hier und jetzt! Glaub ich nicht. Ah, verdammt, das zählt schon wieder nicht. Ich hab' keine Tücher mehr. Okay, wieso hat sie es dann nicht gezählt? Ah, das nervt. Und da werden wir so gut derledigt. Alle miteinander. Ich bin die Fulium fair. Jetzt geht's wieder. Wenn ich hinter der Deckung stehe, tut er irgendwie nicht. Oder er braucht Ewigkeiten. Kann ich nicht sagen. Okay, hier geht's einmal. Da geht's einmal nicht weiter. Okay, ist okay, ist okay. Pfeile brauche ich keine. Munition. Okay, Schott, Munition ist also auch voll. Ah, da haben wir nicht so gut erwischt, wie die vielleicht gern gehabt hätte. Das waren jetzt gerade einmal zwei nur. Ah, das hätte ich besser machen können. Naja. Am Schluss. Alle Bösen tot. Dankeschön, dass ich mir die Kiste so schön markiert und auch wohl lang. Ja, Schott. Feuer, 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 Feuer! Okay. So geht's dann auch. Wenn schon da ein Pfeil daneben geht. Ui, 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 ui. Irgendwie gibt's irgendein... Jetzt hab ich ein paar Probleme mit... Hotel und bumm. Ui, ui. Ah, um. So. Geht. Nicht richtig. Der... Das war ein Schuss. Hier wird geschossen. Hier wird geschossen. Nichts. Beständig. Hier wird auf jeden Fall geschossen. Und zwar ganz giftig. Hm, ich liebe diese Giftpfeile irgendwie. Die machen wir schon ein bisschen einfacher. Vor allem wenn sie zu nahe zusammenstehen. Hm. Die haben die jetzt dann einfach wieder angebracht. Die meinen ja zulassen. Diese Trinity-Soldaten, die kommen dran. Jeder einzelne von ihnen. Nein, ist nur ein Duserl. Ja. War doch gerade was, oder? Ah, nur Giftpilze. Aber die haben füderisch. Und Münzen. Der Münzl. So, wo geht's jetzt weiter? Nein! Autsch! Boah! Da bin ich mich erschreckt. Hey, hey. Autsch! Die Kalle sind raffiniert. Vielleicht haben sie Fallen gelegt. Keine Angst. Ich töte alles, was sich bewegt. Geht's langsam. Augen aufhalten. Da, da, schon wieder. Ich kann mich zielen. Einmal lautlos gekillt. Irgendwie reagiert er ganz schlecht. Wenn ich mit Pfeuernbogen züge. Okay, hier geht's nicht weiter. Und Pilze krieg ich noch. Die brauchen ganz dringend wirklich für Pfeile. Für Giftpfeile. Wir dürfen wirklich extremst gut weiter. Okay, hier muss ich durch. Okay, mein Freund. Du bist dran. Ich verrate euch gar nichts. Weißt du, ich glaube dir. Darum werden wir dich weiter prügeln, bis du aufhörst zu atmen. So weiß der Nächste, den ich nach dem Atlas frage, dass ich es ernst meine. Gutes Argument. Wenn dir schlecht wird, dreh dich einfach zur Wand rum. Oh shit. Ups. Tschuldigung. Scheine. Bind mich los. Ich werde jeden einzelnen kalt machen. Ruhig zu viel. Das ist ein Blutbad. Wir verlieren zu viele Leute. Vielleicht haben deine Leute jetzt genug geopfert. Das ist unser Schicksal. Ich habe mich in dir geirrt. Danke. Sag mir, wie ich euch helfen kann. Ich muss die übrigen in Sicherheit bringen. Aber der Katakombeneingang ist dicht. Ich werde ihn freiräumen. Aha. Binde das Munitionsversteck. Mir geht's gut. Ich komme klar. Sie mussten uns nicht helfen. Das vergesse ich nicht. Doch. Die Handlung hat gesagt, ich muss euch helfen. Und wenn das die Handlung sagt, dann muss ich das wohl tun. Halt durch. Es ist bald vorbei. So. Was muss ich jetzt dann tun? Es muss doch ein Weg hier rausgehen. Es ist von da drüben versperrt. Aha. Und noch einmal. So. Ich hätte da einen Weg geöffnet. Ähm. Will keiner folgen? Hm? Nö. Muss ich wieder alles an einem machen? Danke. Da unten kann ich dann eh nix. Aha. Dieses Wandbild zeigt den Moment, als sie das Tal fanden. Es muss wie ein Paradies gewirkt haben. Oh. Kriege ich hier schon Level 6? Na bitte sehr. Ähm. Ähm. Okay. Äh. Und wie? Okay. Ich ahne schon, was da kommt. Ich krieg die Kabumbumfälle. Mhm. Ja. Eindeutig. Kabumbumfälle. Mhm. Äh. Wie macht man die Kabumbum? Äh. Das ist die Feuer. Das heißt, das sind die Kabumbumfälle. Die schon voll sind. Oh. Okay. Da haben wir Öl. Brauche ich nicht. Da haben wir Tücher. Die brauche ich ganz dringend. Noch was? Ja, ja. Ja, 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 ja. Da ist sogar noch was Wichtiges. Ein alter Hirschtalisman aus einem Hirschgeweih geschnitzt. Das war vielleicht ein wichtiges Objekt oder ein Spielzeug. Oder ein Briefbeschwerer. Auf was für Ideen, dass sie immer kommt. Äh, hey, hallo. Weg von der Tür! Von der Tür! Kommt schon, verschwindet! Wir machen Bip, Bip, Bip. Boom! Ich weiß, dass du die göttliche Quelle suchst, aber mein Volk schützt sie bis zum Tod. Dein Volk ist dem Tod schon sehr nah. Ihr könnt sie nicht ewig beschützen. Wir haben lange durchgehalten. Aber erstmal bin ich froh, dass du für uns kämpfst. Sie nähern sich jetzt dem Turm. Da sind noch Leute drin. Bring die anderen in Sicherheit. Sie brauchen dich. Okay, jetzt kann ich also Granatpfeiler herstellen. Und das bedeutet, dass wir dann die Granaten gleich brauchen werden. Ah ja, da waren wir vorher. Jo. Äh, wo kommen jetzt die Münzen her? Die sind vorher noch nicht da gelegen. Nee, never ever. So, mit Vorsi. Oh, Basislager. Noch klar, mitten in der Schlacht im Basislager. Auf Münzverstecke vielleicht? Hm, so. Hm? Könnte man auch nehmen. Mein Vater wird vermisst. Letzte Nacht habe ich ihm von den Invasoren erzählt. Und den Waffen, die sie verwenden. Bei Sonnenaufgang war er fort. Cyril sagte mir, er würde zurückkehren. Aber der Tag ist fast um. Und niemand hat ihn gesehen. Ich fürchte, dieser Dummkopf hat etwas Unüberlegtes getan. Wir brauchen ihn. Jetzt mehr als je zuvor. Ja, der Vater dürfte der Anführer dieser Sippe hier sein. Geschichte? Keine Geschichte. Keine Geschichte mitten im Kampf. Ich müsste noch eine Jägerfähigkeit machen. Was hätte man denn da noch Schönes? Erhöht die Munitionsmenge brauchen wir nicht. Ihre Glühen brauchen wir eigentlich auch nicht. Die Menge, das ist nicht schlecht. Zwei Pfeile gleichzeitig abfeuern. Oh, ein Kopftreffer-Symbol. Das nehmen wir. Das nehmen wir einmal. So. Ein Waffen-Upgrade. Können wir gleich einmal da für dich da ein Upgrade machen, hm? Was wäre das? Modifiziert der reibungslose Hülsenauswurf, reduziert den Stau für ein schnelleres Nachladen. Bei allen Schrotflinten außer der Gipp-Lauf-Plinte. Wird so ein Einzelschuss wahrscheinlich sein. Dann nehmen wir mal. Gut. Trotzdem gehen wir wieder auf Pfeil und Bogen. Die Granatpfeile sind gewählt. Das beruhigt mich schon mal ein bisschen. Aber nur ein bisschen. Da waren wir. Oh shit. Da liegt schon wieder was. Bis zu den kleinen Pilzen war unseren Vorfahren fremd, als sie hier ankamen. Es brauchte Zeit und Tragödien, die Sprache des Landes zu lernen. Aber jetzt geben wir das Wissen jeder Generation weiter. Die Erde gibt uns, was wir brauchen. Es gibt das Heilkraut, das ihr bei Wasserquellen und in geschützten Buchten finden könnt. Das Birkenholz des Waldes, gerade und fest, kann gesammelt und für Pfeile genutzt werden. Und die Fliegenpilze, die ihr an faulendem Holz oder an dunklen, feuchten Orten findet, ergeben ein starkes Gift. Ja, und dieses Gift ist etwas, was uns sehr, sehr gute Dienste leistet. Das kann ich schon mal sagen. Okay, ah, nicht gut. Gar nicht gut. Überhaupt nicht gut. Boah, dieser Husten. Na gut. Und Sprung! Lara, ich bin hier. Aber wir stehen unter Helikopterbeschuss. Ziehen Sie Trinities Aufmerksamkeit auf sich. Irgendwie! Das erledige ich. Das kann ich. Eine päpstliche Bulle. Das Bleisiegel beweist die Echtheit eines Dokuments. Das muss zu etwas sehr Wichtigem gehören. Zum Beispiel einem Erlass der Exkommunikation. Eine was? Eine Bulle? Was ist eine Bulle? Also ich hätte eher gesagt, das schau... Nach dem, was ich so gesagt habe, würde ich mich an ein Siegel erinnern. Und schwupp! Ich muss wahrscheinlich... ...zumachen. Oh-oh. 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 Er braucht schon wieder so lange zum Reaktieren. Wer, wann, wie? Rücke vor, gebt mir Deckung. Gehe in Deckung. Ich rücke auch vor. Er ist getroffen. Geht mir Feuer schuld. Ich gebe dir Deckung. Nicht schon wieder einer. Komm schon. Jetzt gibt's doch... Nein, 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 nein. Ah, wie viele Sanden da jetzt dann? Du kriegst gleich. Dann... Boah. Oh. Immer wenn ich ein A zu... ...kommt er irgendwo hin. Oh. Das gibt's doch nicht. Ja, wirst du. Das gibt's doch nicht. Oh, genau. Boah. Das gibt's nur. Die Granaten werfen wir schon wieder. Wo ist denn noch einer? Da ist ja gar keiner mehr. Nee. Nee. Das ist ich kein mehr. Ja, mit Talbarrieren. Das ist da. Okay, ja. Ich meine, logisch. Würde ich zwar noch nicht öffnen, aber... Hallo? So. Okay. Was ist hier? Kriegen wir sicher ist dann... Kriegen wir schon eine neue Waffe? Nein, ein Verbesserungswerkzeug. Das ist natürlich cool. Das heißt, ich kann die Waffe wieder erweitern. Hey, hey, hey. Gut, haben wir alles eingesammelt. Da können wir noch Heilkräuter... Die Waffe... Okay. Keine Heilkräuter für mich. Mörderunfähr. Na gut, meine lieben Freunde. Das ist wieder das Ende für diese Folge. In der nächsten Folge gehen wir da weiter... ...in die Schlacht. Ich bin gespannt, wie lange die noch so weiter geht. Schaut nicht so aus, ob das gleich vorbei wäre. Na dann. Ich sage einmal, vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Tschüss mit euch. Tschau mit euch. Tschau mit Pugel Pau.